Ich werde mein Bestes geben zu spielen, doch kann ich versprechen, wie die Pädophilen. Oh mein Gott, geil. Yo, hallo, servus und havetere zur Challenge am Samstag, das Glauben keine Pferde. Warum am Samstag, ist doch klar, die Challenges von euch waren so wunderbar. Deswegen kommt heute und morgen eine Folge, da freut sich sogar Tante Olga. Warum ich reime, ist doch klar. Benedikt Schmatz, oder Schmatz, ja, ich glaube Schmatz, sagte es in den Kommentaren, ja. Ja, nur singen werde ich leider nicht können. Zwei Dinge sind zu viel für meine Wünnen. Die Spielen hier Gartenzweckbombe. Die Zombies haben die Bombe in der Wunde. Sie wurde jetzt gleich zerstört. Ich werde mich bemühen, so wie es sich gehört. Der Fußsoldat kann ihn nicht beleben. Der Schnapper hat es ihm ganz schön gegeben. Der All-Star, das wird ein schwieriger Kandidat. Aber ich habe Unterstützung von ihm, die ist parat. Das ist echt schwer. Ich stürme vorwärts zur Bombe. Die Pflanzen haben sie in Bombe, Bombe, Wunde, Bombe, Bombe. Wo? Bombe. Ich weiß keine Wärme, aber Bombe. Bombe. Jombe. Nein, jetzt gehe ich leider drauf. Der hat Ich heile wie ein Weltmeister. Und Harbin gleich Und er schleimt alle ein mit Gleister. Nein, nein, nein. Das ist nicht gut. Das wird ganz schön knapp. So wie mein Hut. Das ist lustig. Oh nein, der Zug. Die Bombe wurde platziert. Das könnte knapp werden. Oh, sie wurde schon entschärft. Papier. Nein, das heimt sich nicht. Scheiße. Ich habe 69 Leben. Da freut sich der Domi. Und wird's mir ein WhatsApp geben. Das ist ein Insider. Der Fußsoldat. Den werde ich mir holen. Wenn die Feuererbse nicht schneller ist, als die, der Bohlen. Ich liebe Challenges. Das ist ein Hit. Ihr seid die Besten. Besten. Auf. Mann, manchmal fallen mir keine Reime ein. Das ist... Das packt doch leider gar kein Schwein. Schauen wir mal, ob wir das gewinnen. Sieht's jetzt halt schlecht aus. Für... Die Pflanzerinnen. Nein. Dieser Z4, der hat's auf mich abgesehen. Tut mir leid, wenn ich heute nicht spiele. Wie ein Weltmeisterchen. Ich muss mich leider sehr konzentrieren aufs Reimen. Sonst werde ich gleich weinen. Ich werde mein Bestes geben zu spielen, doch kann ich zu sprechen wie die Pedophilen. Oh mein Gott, geil. Den Fußsoldaten hole ich mir schnell. Hier laufen nur die gleichen Gesellen. Und weg ist er. Ganz schnell gemacht. Was ist das? Ich bin nicht mehr geschafft. Mann, mir fällt schon wieder nichts ein. Jetzt bin ich schon wieder tot. Das ärgert sogar. Mann, jetzt habe ich wieder eine Tiefphase. So wie meine Blase. Oh mein Gott. Okay, wir haben es gleich geschafft. Der Bombenplatz A. hat es nicht weit gebracht. Zombies überall, wohin man sieht. Sie zu verbrennen. Das funktioniert so gut wie Weed. Brenn nur kleiner Allstar, dann kannst du nichts mehr schießen. Das ist doch klar. Meine Reime sind wie sind von einem Einser. Ich konnte das noch nie so wie Einser auf Einser 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 auf Es gibt Es gibt doch keine Es gibt nicht auf jede Scheiß Worten Reim. Es kann es doch gar nicht sein. So Ich könnte noch Ich könnte um Gottes Willen nicht dazu singen das wärmen Absturz in YouTube in der YouTube irgendwas mit Ingen Das könnte ich nicht bringen auf YouTube so wie Inge Scheiße Mann Das hat sich überhaupt nicht gereimt tut mir sehr leid Ich mache das alles Freestyle so wie Jessen Bright Ich kann Ahnung wer Jessen Bright ist Das sieht schlecht aus Wir sollten mal platzieren Ich gehe hier nur auf Gegner Kann mich nicht konzentrieren Wow Das war ja ein Einser Reim Ein Einser Ein war das Bombe Bombe Der hat ihn eingeschleimt Und ich bring ihn ins Altersheim Da kann ich auch nicht gereimt Manchmal läuft zu gut und dann bin ich einfach zu überheblich So wie Überheblich Überheblich Auf BG BG Überheblich Mann hier fallen keine Reime ein Das kann es doch nicht sein Diesen Reim Den habe ich auch schon öfters gebringt Gebringt ist kein Wort So wie Wort Ein Reim Of Wort Wort So wie Ein Kinderhort Ha Okay Das hat Gebt überhaupt keinen Sinn Das ist schrecklich Was soll das hier Wie Imbring Gäcklich Das Spiel ist zu Ende Der Challenge war scheiße Ich habe fast nichts gereimt Jetzt gehe ich nach Hause Wie Ein Banause BAM Ich habe es euch gegeben Das war wunderbar Wir haben zwar verloren So ist das Hier Und da Ich hoffe Es hat es trotzdem gefallen Gebt einen Daumen Hoch Das gibt keinen Sinn Denn Kommentare Sind Werde bringen Ihr wisst was ich meine Ich hoffe Es hat es gefallen Schreibt eine neue Challenge Wieder Ins Tal Am Montag kommt eine neue Folge Mit einer super Challenge Das wird Eine Folge Tschüss bis zum nächsten Mal Ich hoffe es hat es gefallen Ich habe es gesagt Es schon zum dritten Mal Das ist eine Qual Bis dann Bis dann